Moin Moin ihr Lieben, da sind wir zurück beim grossen Qualifying von Österreich mit dem Virus. Grüß Gott allerseits, miteinander, wie auch immer. Ja, und wie man sieht, es regnet ganz lästig. Qualifying im Regen, hab ich nur Lust. So, jetzt haben wir auch schon unsere Schwimmflügel und jetzt kannst du auf die Strecke gehen zu einer Runden. Plitschi platschi. Ganz toll. Hauen wir mal alle ihre Quitschi-Entchen und ihre Shampoo dabei haben und dann kann es auch schon losgehen. Okay, wir warten jetzt, ach nein, wir haben jetzt auch noch, nein. Ich hab auch jemanden vor mir. Ja, das bin ich. Äh, du. Nein. Noch den Hamilton oder den Bottas. Der Silberpfeil ist auch drauf. Hoffentlich hört's gleich wirklich auf zu regnen laut Wetterbericht. Ich hab den Science vor mir, alles klar. Achso, du bist hinter mir. Ich dachte, du wärst schon vor mir raus. Ja, der lässt mich ja 50 Jahre länger warten, ey. Naja, erstmal ein bisschen langsamer fahren hier. Ja, ich brauch Platz nach vorne weg, sonst hab ich ja den Science da und dann eine schnelle Runde geht schlecht. Zum Glück Einführungsrunde. Hehehe. Hehehe. Das ist doch kacke, Mann. Oh, 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 oh. So schnell war ich doch gar nicht. Na, ist doch gut. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Abstand untereinander. Ja, ja, ja. Ich hätte zwar gerne noch mehr zum Science nach vorne an Abstand, aber... Ach, scheiße. Jetzt hab ich vergessen. Ist aber ganz schön am Regnen, ne? Nicht grad wenig. Oh, ja, Mann. Hier musst du aber ganz schön langsam fahren. Jetzt hatte ich vergessen, das Spritgemisch umzustellen. Kacke. Oh, 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 oh. So, gehen wir doch mal auf eine schnelle Runde hier. Scheiße mit Erdbeeren. Mann, ich wollte das umstellen da und dann kommt mir die Bande so. Na, ja, Mensch. Mager. Ja, weil wir haben ja Glück, dass es im Rennen wahrscheinlich keinen Regen gibt. Deswegen können wir auch kurz nochmal an der Box fahren. Boxt stopp. Alter, wie lahm hätte ich denn noch kurz fahren müssen. Boxt stopp. Wer redet wieder nicht mit mir? Ich glaube, ich muss da wieder was umstellen. Komm rum. Holla, das war aber knapp. Boxenstopp. Mann, Mann, Mann. Scheißgerutsch. Benzin-Gemisch für 2,6 Runden, Alter, ist es doch... Obwohl auf Mager steht, ey. Ich hab noch Benzin-Gemisch für 1,2 Runden. Oh, Science, was machst du denn hier? Schleich doch nicht hier rum. Ich hab nicht mal ne Zeitfahrt. Das ist so ein Kotzen, ey. In dieser scheiß Einstellung, das ist echt tricky, ey. Wenn du auf Steuerkreuz und drückst dann nach links, dann geht da einer nach unten, dann tut sich da wieder was verändern im Menü, dann ist das total doof, ey. Ich find das eigentlich recht chillig, mit dem Einstellen so. Ich komm damit nicht klar, das ist ja schlimm. Okay, ich muss doch raus, ich muss jetzt definitiv raus, weil jetzt haben wir gerade mal 9 von 20 Wagen draußen. Da ist doch grad was Rotes vorbeigefahren. Ne, ne, ich komm jetzt gerade erst in die Box. Oh. Okay, dann warte ich jetzt, oder du fährst es vor mir jetzt rein. Eins vor beiden. Ach, guck, da ist er. Na ja. Können sie direkt stehen bleiben. Oh, jetzt ist er weg, ist mir auch egal. Oh, die Strecke ist schon frei. Ach, herrlich. Ja, aber langsam hat's auch zu regnen, haben wir zwar nicht mehr viel von, aber... Ja, komm bald euch mal ein bisschen mit den Mänteln. Boah, wechsel doch nicht nach unten, ich will... Ach, mein Gott. Scheiß, ey. Diese Kurve hier. Boah. Aber in 10 Minuten soll der Regen aufhören, haben wir auch viel von. Ja, da sind wir nämlich... In 10 Minuten. Sind wir fertig hier. Ja. 6 Minuten haben wir noch. Ich fahr auch noch mal raus, komm. Oh, trag mich doch nicht so weit nach außen, Mann. Na, das ist die Kacke bei Regen. Oh. Oh, bei Regen ist diese Boxen-Ausfahrt aber echt tricky. Ja, da musst du richtig langsam fahren. Geh. Ja, das ist wirklich lässig. Ah, komm rum. Na, guck mal, ich hab den Virus hinter mir. Ja, diese Runde muss ich jetzt, äh, ne Zeit fahren. Ja, sonst wird's, äh... Nicht mehr so lässig. Äh, äh, oh, 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 oh. Guck, guck, nein, 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 nein. Ach, Mann, voll für'n Arzt, ey. Ja, ist ja noch Zeit. Diese Scheiß-Kurve, ja. Toll, ich hab aber Benzin gemischt, nur noch für knapp drei Runden. Was heißt, ich muss noch mal reinfahren? Damit sie mir noch mal wieder ein bisschen Sprit geben. Warte, wieder raus. Das könnte eng werden, ja. Obwohl ich hier schon auf Mager stehen habe. Mager-Quark. So, wieder ein Fett auf Max stellen und dann wollen wir mal gucken. Okay. Okay. Verziehung auf den zehnten Platz, Alter. Lauch, ey. Ja, mit Regen, Alter. Das ist echt, da brechst du dir was weg, ey. Das ist tricky. Muss man zehn Jahre früher bremsen, als man sonst tut. Oh, Mann, ey. Bleib im Grün oben. Ah! Boah, jetzt diese Kurve hier. Komm schon! Fuck, die hat mir jetzt die Zeit wieder versaut. Boah! Jetzt wärst du mit dem Trecker unterwegs. Boxenstopp. Schleller geht's nicht. Er fällt beim Regen eine bessere Runde als mit Trocken. Also, das ist schon merkwürdig bei dir. Nee, bessere nicht. In Trocken fahren wir ja 1,10, 1,9 so ungefähr. Und, 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 und. Ja! Guck einer an! Ja, geht doch. Boxenstopp. Ja, ich muss gleich mal die Audio müssen wir wieder anpassen. Kamelo, damit bei mir der Jeff wieder redet. Irgendwie hat sich das wieder umgestellt. Ich weiß auch nicht, warum das jedes Mal irgendwie so ist. Komisch, komisch. Ich kapiere das auch nicht. Da hätte ich fast einen Ausritt gemacht. Nee, lass mal. Ja, da hab ich den Ausritt hab ich jetzt wieder drinne. Obwohl die eigentlich gerade wieder super top sind. Ich hatte wieder 500stel drinne, ey. Mäh! Ja, passt jetzt auch. Ist fast zu Ende des Qualifying. Da passt das doch. Du hast doch Übersicht über die Zeiten. Nee, guck doch mal rein. Ich hab noch keine Übersicht über die Zeiten. Ich muss erst in die Box fahren. Du bist doch gar nicht drinne. Nö, nö. Komm jetzt erst in die Box. Der weiße Punkt da unten, ja. Fahre ich etwas langsam, damit sie mich gleich direkt nachschieben können, falls sie mit dir irgendwann mal fertig sein sollten. Ja, müsste ich hinhauen. Ich bin da, wer lobt. 16 Autos auf der Strecke, jetzt wird's voll. Nee, nee, ich fahre nicht mehr. Nein, nein. Das war ja der 3. Würden wir jetzt sowieso nicht mehr schaffen. Es riecht auch nicht mehr, sehe ich gerade, oder? Täuscht das. Es kann sein, dass aufgehört hat, aber Strecke ist halt immer noch nass, ne? So, dann wollen wir noch mal kurz auf die Zeiten gucken. Ja, guck mal. Oh, du bist knapp vor Hamilton gekommen. Alter Schwede. Ich hab ne 1,18,8. Du hast ne 1,20,7. Der Hamilton hat ne 1,20,8. Also einhundertstel Vorsprung. Oh, das muss ich mir angucken. Oh, da, what the fuck? So, und dann Ja, 16 von 20 Autos raus. Nee, qualifying ist auch zu Ende. Sehr schön. Ja, sehr schön, dann passt das doch. So, können wir jetzt noch mal reingucken. Oh, bo, bo, bo. Da hat's den Virus noch mal auf den Platz 4 gehauen. Oha. Ja, aber ist doch nicht mehr normal. Ist das nicht. Hamilton und Bottas haben noch mal ne gute Zeit rausgekloppt. Alter Schwede. Krasses Pferd. So, dann gucken wir mal durch. Die beiden Mercedes, dann Virus, dann die beiden Red Bull, dann die beiden Force India und dann die beiden Toro Rosso. Lol. Das ist ne Zusammenstellung, Alter. Die haben ja echt was dazugelernt, ey. Ist sehr interessant, ja. So, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war jetzt sehr überraschend. Wir sehen uns dann im Rennen wieder. Haut's rein. Bis gleich. Also bis zum nächsten Renntag. Macht's gut. Ciao mit V. Euer Virus. Wis ins. G ellosbowel. Wie gehts nuo completely, Dayja, sich Awards neighborhood und wichtig. Wie gehts regardless. Wie gehtsFRwwal.